Willkommen zu einer Runde Oldschool Get Down of Revy. Mit dabei ist Ulrike Bedemann mal wieder. Wann hast du erwähnt, dass du das aufnimmst? Keine Ahnung, als ich gesagt habe, ich muss das aufnehmen. Was? Es hat den Köln-Doc nicht genommen. Fick mein Leben bitte. Danke, lass mal, ist nicht so meins. Geil, Unsichtbarkeit. Ciao. Hä, der Typ backt sich zurück, bekennst du nicht? Ja, also wir zocken jetzt auf entspannt einfach eine Runde Get Down auf dieser schönen Oldschool-Basis. Ich habe das für Sorgen. Wtf? Ich habe heute bei diesen Blöcken nur Badluck. Ähm. Äh, äh, äh. Wie hat der Typ das geschafft? Was sind das für Scheiß-Maps? I mean, ich bin kompetent. I mean, ich bin immer noch kompetent. Sagen, habe ich es bestimmt geschafft. Wow, top. Tim, du wurdest übermütig. Ich finde, wenn man es schafft, in einem nach ganz unten zu fliegen, auch wenn man es nicht überlebt, sollte man es, weißt du, was ich meine? Dann würden so die ganzen Retards das schaffen. Das wäre richtig lustig. Dann hätte ich auch mal eine Chance in dem Modus hier. Alter, natürlich klatsch ich mit dem Kopf gegen diesen Drecksblock da. Keine Ahnung. Digga, ich ende hier gleich mit Null Coins, wenn das so weitergeht. Aber Tim, was hättest du von der Serie, wir gewinnen ganz Rebi? Wenn ich das hier gewinnen muss, wärst du dabei? Also wenn du das gewinnen musst, fände ich das schon ins Lick, weil das schaffst du nicht. Ja, aber du wärst dabei. Du wärst mein Aufnahmepartner natürlich. Ja, das juckt mich dann recht wenig, weil ich ja nicht gewinnen muss. Ich meine, als wir das mit Skywars letztens aufgenommen haben, warst du schon ziemlich mad. Ey, Alter, ihr wollt mich verarschen. Ich wär gerade eben unten gewesen. Und jetzt bin ich gestorben, Alter, fick dein Leben. Ich hätte gerade die Runde beenden können. Einfach. Ich hätte dafür nochmal 150 Coins bekommen, aber nein. Alter, es ist einfach nur so lächerlich. Ich hab 700, ich bin ein vierter Coins. Lan, ich hab 200. Leid jetzt bitte einfach mal, was für ein geiles Equip ich mir gekocht habe. Ich habe Lederhelm und Lederhose, ein Holzschwert, einen Enterhaken, einen Stake und zwei Pfeile ohne einen Bogen. Ja, entspannt. Nee, Teams verboten. Lass mal Team. Und ich bin tot. Ja, hätte ich jetzt halt echt nicht gesehen. Gut, das war eine echt erfolgreiche Runde bisher. Es sind so viele Coins, haben die doch alle gar nicht, dass alle mit Fulldia rumrennen können. Doch, alle hatten viele Coins, nur außer mir. Ich hatte halb Leder. Sehr, sehr gut. Schade. Wie viel? Ach so, 10 Herzen hatte er noch. Ja, natürlich. Ist ja nicht so, dass ich dich nur 20 mal mit dem Eisenschwert gehittet hab. Aber ja, natürlich hatte ich nur noch 10 Herzen. Okay, let's go. Fuck. Ich habe gerade ungefähr Jump, äh, Get Down bei mir in den Nutshell gesehen. Ich versuche jetzt mal richtig krank zu spielen. Ja, das juckt mich dann recht wenig. Nein, alter Coinblock verpasst. Danke für nichts. Junge, hitze mich doch nicht runter, du dummer Jude. Das ist so unnötig. Es ist einfach nur so unnötig. Das ist das dümmste, was in diesem Spielmodus hier hinzugefügt wurde. Ja, safe. Alter, Junge, geh dich erhängen. Junge, Alter, ich hör... Ich möchte einfach nur diesen Drecksdiablock. Schlag mich nicht ganz weit runter. Junge, mein Trick. Mach gleich einfach meinen PC aus. Ich hab keinen Bock auf den Huch und so. Ich springe jetzt einfach so lange runter, bis ich keine Coins mehr hab. Kannst du überhaupt unter 100 Coins gehen? Ich weiß es nicht, ich probier's. Minus 12 Coins, was ist denn das für eine Wiederbelehrungsbuche hier? Krankenkasse zahle ich, nicht ich. Malerweise wäre ich die Runde gelieft, würden wir nicht aufnehmen. Das heißt, du willst noch eine Runde spielen? Was? Ich kann ja auch einfach ein Seil kaufen. So, ich hab 38 Coins. Davon kann ich mir ein Holzschwert kaufen und mehr nicht. Nice. Jetzt hab ich noch 18. Kauf dir bitte Pfeile, bitte Pfeile ohne einen Bogen. Du weißt ja, du findest ja meine Videos super toll editiert. Ich würd mal gerne so Jans Meinung zu meinen Videos wissen. Irgendwo jemand mit Low Equip? Ich glaube nicht so jemand mit Low Equip, wie du's hast. Nein, ich glaub, ich begehr einfach selbst. What? Das ist immer ne Option. Yo, ich bin auch tot. Danke, war echt toll mit euch. Ich hab zwei Herzen, ich bin tot. Tim, fuckham dich bitte. Warte, scheiß mal. Wo kam der fucking her? Seit wann war der da oben? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne Like, Kommi, Abo, etc da. Schaut gerne auf meinem Twitch-Editor vorbei. Tim? Sees. Ich bin nämlich hier etwas unseres. Seesnerz. Hilfe. Gut, wenn es euch gefallen hat, bis dahin. Ciao. Ciao. Schmeckt den Like-Button, 20.000 Likes, Digga. Ohne Trotzung. Ich bin gleich zum Thema, gonna.